Sehr liebe Carmen, vielen Dank für das Röntgen. Ich habe mir erlaubt, den Beitrag deinen Familiennamen wegzustreichen, wobei es wurscht ist, es geht ja nicht um dich oder um dein Gebiss, sondern es geht darum, dass wir, indem wir uns miteinander vernetzen, bewusster werden und so zum Beispiel das Zahnleid lösen können. Und in deinem Fall hast du ja auch einen Nutzen, dass deine Zahngeschichte sich Zahngesundheit wendet. Gut, zuerst einmal zu den Daten, also du bist jetzt 60, ich gehe einmal davon aus, du hast 20, vielleicht sogar 30 Jahre vor dir. Ich weiß jetzt nicht, ob du irgendeine schwere Erkrankung hast oder wie alt die Leute bei dir in der Familie sind, aber ich würde diesen Mund so sanieren, dass ich also 20, 30 Jahre eine Ruhe habe. Dazu gehört einmal, dass ich mir bewusst werde, wieso habe ich die Füllungen hier so auf der Seite. Da gibt es dieses Video, schlechte Zähne sind der Irrglaube, hast du eh schon gesehen. Vom Paradontalzustand bitte, keinen Laser ist äußerst blödsinn, dein Paro-Status wirkt jetzt nicht so dramatisch. Ich würde einmal eine Paro-Befundung machen, das heißt eine ganz normale Vermessung. Vielleicht brauchst du dann eine ordentliche Reinigungsphase und wenn du dir dann gute Füllungen, dichte Kronen machen lässt, plus veränderte häusliche Mundpflege, wird es das mit der Paro-Dontitis gewesen sein. Diese Krone wirkt undicht, müsste man noch einmal mit einem Kleinbild sich anschauen. Hier die beiden Wurzelbehandlungen sind auch nicht so schön. Ebenfalls mit Kleinbild oder vielleicht ein DVD machen. Man könnte sich überlegen, wenn der hier zu revidieren wäre, könnte man den theoretisch entfernen, diesen 1,6er und hier eine Brücke machen. Weil dann hast du den hier gut versorgt, den hier gut versorgt, Lücke geschlossen und du ersparst dir Geld für die Revision. Den 4er würde ich wahrscheinlich revidieren und eine schöne ästhetische Krone machen, weil vielleicht liegt es schon in der Lachlinie. Hier auf dieser Seite wiederum eben Keramik-Inlays. Keramik-Inlays auch hier unten. Die Krone hier neu machen, wiederholen, hier wieder Keramik-Inlays. Putztechnik ein wenig verändern und das ist es. Schau dir die Videos bezüglich Keramik-Inlays-Kleben an. Das ist etwas, da rede ich nicht über unsere oder meine Meinung, sondern so sollte laut Lehrbuch gut 20 Jahre lang, also so sollten Keramik-Inlays geklebt werden. Mit einem Referenzklasse-Produkt, Panavia oder Variolink, mit Kofferdarm, mit Airblock, mit optischer Vergrößerung, eben das Ganze mit Liebe umsetzt. Eventuell lohnt es dann nach der Parotherapie und nach der prothetischen Sanierung im Oberkiefer einen Retainer zu machen, kommt auf die Beweglichkeit von dem 2-2er an. Da scheint der Knochenabbau am stärksten zu sein und manchmal lohnt es, dass man die Zähne mit einem Retainer schient. Beim 1-2er lohnt vielleicht ein Venier, auch das sich überlegen, also ich würde mir all along alle Füllungen gegen Keramiken wechseln, aber eben zuerst Paro, technischen Arbeiten und parallel dazu das Putzverhalten ändern und alles ist gut. Ja, wenn du das gemacht hast und die häusliche Putztechnik veränderst, dann sollte das Zahnleitthema beendet sein. Alles Liebe!